In diesem Video zeige ich dir, wie man Freunde auf Snapchat wiederherstellt. Das ist ganz leicht, denn dafür gehst du einfach auf den Freunde-Tab, dann hier oben rechts auf Freunde adden und dann gibst du entweder hier oben den Namen der Person ein oder fügst die Person über die Vorschläge wieder hinzu. Dafür gehst du natürlich einfach nur auf den Knopf adden und schon seid ihr beide wieder auf Snapchat befreundet.